Prinz William, 42, und Prinzessin Kate, 42, lassen König Charles, 76, links liegen, das zukünftige Königspaar wird in diesem Jahr nicht am traditionellen Weihnachtsessen teilnehmen. Normalerweise wird das Weihnachtsfest der königlichen Familie in Sandringham House gefeiert, mit Geschenkaustausch am Heiligabend, einem Kirchenbesuch am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags, gefolgt von einem Festmahl und der Ansprache des Königs. Doch wie The Sun berichtet, werden William und Kate dieses Jahr darauf verzichten. Nach einem aufregenden Jahr für die Prinzen und die Prinzessin von Wales freuen sich die beiden Royals auf ein entspanntes Weihnachtsfest im kleinen Kreis. Die Familie von Kate wird in diesem Jahr erwartet. Prinzessin Kate feiert Weihnachten im Kreise ihrer Familie. Sie bevorzugen die Ungezwungenheit eines entspannten Mittagessens. Und ich gehe davon aus, dass dies auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird, wenn die Familie Middleton hinzukommt, erklärte eine königliche Expertin. Ein Fest im Kreise ihrer Familie, da ist sie sich sicher, sei nach Kates Krebsdiagnose genau das Richtige für sie. Nicht nur Kate musste dieses Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften, auch König Charles kämpft mit der gleichen Krankheit. Während Kate inzwischen ihre Behandlung abgeschlossen hat, befindet sich der Monarch noch in Therapie. Daher wird vermutet, dass er die diesjährigen Festtage ebenfalls ruhiger angehen lassen wird. Untertitelung des ZDF gorilla